Hallo, mein Name ist Franz Narada aus Wien und Bad Radkersburg vom Labor für globale Dörfer. Wir beschäftigen uns mit der Vernetzung von Gemeinden, wir beschäftigen uns mit den elektronischen Kommunikationsmitteln und vor allem beschäftigen uns damit, dass auf dieser Grundlage eine völlig neue Art von Bildung stattfinden kann. Eine, die konkrete Lösungswege zeigt. Und ich bin ganz aufgeregt, denn am Kongress Bewusst Gemeinsam Leben, am 14. September, werden themenspezifische Lösungen aus 21 österreichischen Gemeinden vorgestellt. Die möchte ich unbedingt sehen und vielleicht gelingt es uns daraus, eine ganz neue Art von Universität der Dörfer zu schmieden. Danke Georg D. Gruber, dass du all diese Menschen zusammengebracht hast.